Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich hatte euch ja eigentlich versprochen, dass ich ein Video hochlade, wo ich euch zeige, wie ich meinen Kaninchen Tricks beigebracht habe, doch das habe ich leider vergessen und deswegen kommt jetzt ein Video online, wie ich die Kaninchen im Schnee rumhoppen lasse, aber natürlich kommt das Video noch online, was ich euch besprochen hatte. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.